Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu 5 Trainer für Schalke 04. Thomas Reis ist entlassen und damit Geschichte auf Schalke. Matthias Kreuzer übernimmt vorerst und dann wird Schalke einen neuen Cheftrainer präsentieren. Und genau dort ist natürlich jetzt auch die große Frage, wer könnte es denn machen? Die, die negativ eingestellt sind, sagen vielleicht, wer tut sich Schalke überhaupt an? Auf der anderen Seite kann er mal vielleicht auch sagen, wer nutzt vielleicht doch diese Chance, einen strauchelnden Klub, neues Leben einzuhauchen, um sich eben auch als Trainer präsentieren zu können. Ich finde, auf dem Markt gibt es auch durchaus zwei, drei wirklich sehr, sehr gute Optionen für Schalke und natürlich auch noch ein paar weitere, über die man hier auf jeden Fall mal gut diskutieren kann. Meiner Meinung nach braucht diese Mannschaft vor allem auch einen Trainer mit einem taktischen Konzept, mit spielerischen Lösungen nach vorne, denn das fehlt mir auf Schalke einfach seit Jahren. Immer und immer wieder wird davon gesprochen, wir wollen kämpfen, wir wollen laufen, wir wollen malochen. Das sind aber eben auch einfach grundlegende Tugenden des Fußballs. Deswegen würde ich mir mal wieder einen anderen Trainertypen wünschen, der vor allem auch davon spricht, Fußball spielen lassen zu wollen. Und deswegen habe ich mal auf dem Trainermarkt nach fünf Trainer für Schalke gesucht. Und wir legen direkt mal los mit meinem ersten Kandidaten und das ist Thomas Stamm vom SC Freiburg. Kennen vielleicht einige, nicht einige vielleicht schon, denn Thomas Stamm ist Trainer bei Freiburgs zweiter Mannschaft und ist dort wirklich überaus erfolgreich. Denn er hat diese Mannschaft schon in der dritten Liga sehr erfolgreich betreuen können und bekommt auch im Verein das volle Vertrauen. Und ich finde, Thomas Stamm ist auch einfach ein Trainer, der auf Schalkes Liste stehen muss. Denn bereits vor gut einem Jahr, wo Frank Kramer damals Trainer auf Schalke geworden ist, hatte ich tatsächlich über Thomas Stamm nachgedacht und hätte ihn auch damals sogar schon gar nicht mal so verkehrt gefunden. Nun hat er natürlich nochmal umso mehr Erfahrung sammeln können in der dritten Liga und könnte auf jeden Fall zu Schalke passen. Er ist ein Trainer, der sehr, sehr gerne auf das 4-3-3-System setzt, sprich ein System, was ja auch bislang auf Schalke gespielt worden ist. Aber er betont eben auch immer wieder, dass er taktisch flexibel ist und der Mannschaft auch immer wieder einen Plan B mit auf den Weg geben kann. Allein sowas würde Schalke, glaube ich, schon enorm weiterhelfen. Er ist auch ein Typ, der in Freiburg unglaublich geschätzt wird, ist dort sehr akribisch, arbeitet unglaublich viel, will sich eben auch als Trainer weiterentwickeln und setzt wirklich auf diese fußballerische Komponente. Wie gesagt, bei Freiburgs zweiter Mannschaft zeigt er wirklich schon seit längerer Zeit richtig starke Leistungen. Auch deswegen traut man wohl dem 40-jährigen Schweizer durchaus zu, irgendwann mal der Nachfolger von Christian Streich zu werden. So ist zumindest mal ein interner Gedankengang, den man mal so ein bisschen durchgesponnen hat. Ich finde, Thomas Stamm kann auf jeden Fall sehr gut zu Schalke passen, auch wenn es natürlich ein durchaus großer Schritt wäre. Eben aus der dritten Liga, dem beschaulichen, schönen Freiburg, rein ins turbulente Ruhrgebiet zu einem solchen Klub wie Schalke mit so einer Unruhe. Das ist natürlich dann für einen solch jungen Trainer sicherlich eine Challenge, die man auch erstmal annehmen muss. Wenn man aber wirklich einen Trainer möchte, der fußballerisch dieser Mannschaft Leben einhauchen kann, der eben auch mittel- und langfristig etwas entstehen lassen kann, dann ist meiner Meinung nach Thomas Stamm ein wirklich guter Kandidat. Über meinen zweiten Kandidaten wird ja immer wieder diskutiert, wenn in Deutschland ein Trainer gesucht wird. Und das ist Bruno Labbadia. Und ich wollte auch mal ganz bewusst dann wiederum einen Erfahrenen hier mit reinnehmen. Denn viele reden ja dann mal schnell über einen Felix Magath, einen Friedhelm Funkel, einen Uwe Neuhaus oder eben auch Bruno Labbadia. Ich persönlich bin von keinem Fan davon, oder aktuell kein Fan davon, jemanden von diesen zu Schalke zu holen. Rein vom Zeitpunkt her, rein von dem, was man auch dort einfach generell so plant. Wenn ich aber dann von diesen Trainern mir einen anschauen würde, und das eben auch etwas genauer, wäre es noch am ehesten Bruno Labbadia. Nochmal kurz zur Erklärung. Ich finde, Uwe Neuhaus oder auch Friedhelm Funkel sind super erfahrene Trainer, die vor allem eben auch mit einer gewissen Ansprache eine Mannschaft sicherlich erreichen können. Da ist aber für mich der falsche Zeitpunkt. Wir haben jetzt September. Es sind natürlich schon sieben Spieltage rum, aber Schalke sollte diese Saison auch noch lange nicht abschreiben. Und deswegen würde ich jetzt hier nicht Kategorie Feuerwehrmann holen, sondern eben eigentlich jemanden, der durchaus auch mittelfristig, was das auf Schalke auch immer bedeuten mag, etwas aufbauen kann. Und da wäre dann von diesen erfahrenen Trainern, die natürlich auch diskutiert werden, Bruno Labbadia für mich noch der, der am ehesten passen könnte. Klar, beim VfB Stuttgart vor einem guten Jahr ist er absolut gescheitert. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Das lag aber durchaus auch an seiner taktischen Herangehensweise. Denn Bruno Labbadia ist ein Trainer, der eben dort unbedingt sein 4-3-3-System durchdrücken wollte. Und das hat halt 0,0 zum Kader des VfB Stuttgart damals gepasst. Auf Schalke wiederum wurde ja genau das System bis hierhin gespielt. Der Kader wurde auch durchaus dafür zusammengestellt. Sprich, das könnte auf jeden Fall schon mal passen. Und Labbadia genießt natürlich bei vielen so ein bisschen den Ruf als Trainer, der ja eben auch eher Kategorie Feuerwehrmann ist. Aber das will er ja auch gar nicht sein. Beim VfL Wolfsburg zum Beispiel hat er ihm auch gezeigt, dass er eine Mannschaft weiterentwickeln kann, eben auch stabilisieren kann. Und vielleicht hat er ihm auch jetzt die Chance, sollte er Schalke-Trainer werden, mal bei einem solchen Traditionsverein über einen etwas längeren Zeitraum auch etwas aufbauen zu können. Trotzdem bin ich dort irgendwie so ein bisschen kritisch, ob das wirklich der Trainer wäre, der dieser Mannschaft neues Leben geben kann. Ich würde dort lieber auf einen etwas mehr fußballerischen Ansatz setzen, auch wenn auch Labbadia darauf Wert legt. Kommt eben auch für mich eher über diese Kategorie, Typ, Ansprache und dadurch eben auch wirklich die Mannschaft aufwecken zu können. Aber wäre von den erfahrenen Trainern zumindest nochmal einer, wo ich sagen würde, ja, könnte man auf jeden Fall machen. Auf Schalke wird natürlich auch gerne mal über interne Lösungen diskutiert. Bei Mike Büskens hat das sehr gut funktioniert. Matthias Kreuzer übernimmt nun und dann wird sicherlich auch der Name Jakob Fimpel diskutiert werden müssen. Und das auch vollkommen zu Recht. Kurz dazu, ich habe auch über Schalkes ehemaligen U17-Coach Ono Cinell nachgedacht, den ich auch interessant finden würde. Er ist aktuell im FC Lieferinguntervertrag. Dort läuft es nicht ganz so gut. Deswegen wollte ich jetzt nicht beide mit reinnehmen, habe mich eher für Jakob Fimpel entschieden, den ich dann eher wählen würde, wenn es eben dann auf einen Trainer hinausläuft, der sich in Schalkes Jugendarbeit sehr gut auskennt. Jakob Fimpel ist bei Schalkes U23 der Trainer, hat diese im letzten Frühjahr übernommen, dann wirklich auch durch starke Leistungen zum Klassenerhalt geführt. Und nun ist er dabei, diese Mannschaft eben auch zu stabilisieren und logischerweise auch erst recht Talente für die Profimannschaft zu entwickeln. Und was hier auf jeden Fall schon mal ganz klar für ihn spricht, Jakob Fimpel genießt sehr, sehr hohes Ansehen im Verein, durch eine sehr akribische Arbeitsweise und eben auch dem Talent, Talente zu entwickeln, mit einem fußballerischen Ansatz. Denn wenn man sich dann mal so Aussagen von Jakob Fimpel anhört oder durchliest, fällt einem immer wieder auf, er spricht sehr viel davon, dass die Mannschaft spielerische Lösungen finden soll, dass er fußballerische Akzente auch einfach sehen will. Und unter Fimpel gibt es in der Regionalliga offensiv ausgeprägten Fußball, aber eben auch gepaart mit hoher Intensität gegen den Ball und viel Laufarbeit. Also er könnte eben Schalkes Profimannschaft, die ja auch sehr viel über Intensität und Laufarbeit kommt, dann eben noch den Zusatz offensiven Fußball geben und damit eben auch sicherlich weiterhelfen. Taktisch ist er auch durchaus flexibel, setzt gerne auf ein 4-1-4-1-System, aber auch mal auf eine Dreierkette, sprich ist dort auf jeden Fall nicht so festgebissen. Zudem, was natürlich auch ganz klar für ihn spricht, da müssen wir auch offen und ehrlich sein, Jakob Fimpel ist eine günstige Lösung. Schalke hat nicht viel Geld, hat sicherlich jetzt auch gerade nicht die hohen Ansprüche, was Trainer angeht. Da wird es auch schwer, irgendjemanden aus einem Vertrag rauszukaufen. Daran glaube ich persönlich nicht. Jakob Fimpel ist günstig zu haben. Und ja, jetzt werden vielleicht viele sagen, hat er denn die nötige Lizenz zum Cheftrainer einer Profimannschaft? Nein, die hat er noch nicht. Er hat die A-Lizenz und trotzdem gibt es natürlich auch dort Mittel und Wege, dass eben auch der Co-Trainer diese mitbringt, beispielsweise Mike Büsgens oder eben auch Matthias Kreuzer oder auch sein Co-Trainer aus der U23, Thomas Waldorf, hat diese Lizenz. Aber ich denke mal, das könnte man auf jeden Fall hinkriegen. Fände ich eine spannende, gewagte Lösung, die aber durchaus auf der fußballerischen Ebene funktionieren kann. Ein ehemaliger Schalker Trainer könnte vielleicht auch ins Raster passen und das ist André Breitenreiter. Ich denke mal, jeder von euch kennt André Breitenreiter, hat ja in Fußball-Deutschland schon mehrere Vereine trainiert, Paderborn, Schalke, Hannover, zuletzt die TSG Hoffenheim, zwischendurch auch in Zürich gewesen. Und nun ist er eben verfügbar für einen neuen Job, leicht für Schalke 04. Gut, hier ist dann erstmal die grundsätzliche Frage, sieht sich einer wie andere Breitenreiter überhaupt in der 2. Bundesliga? Ich würde sagen eher nein, aber wenn es eine Chance gibt, würde ich es zumindest mal probieren. Deswegen habe ich auch ganz bewusst für mich eher unrealistische Kandidaten rausgelassen, wie zum Beispiel ein Raoul. Glaube ich einfach nicht dran, dass Schalke dort eine Chance hat. Ich hatte auch noch ein paar andere Namen mit auf meinem Zettel stehen, zum Beispiel auch Ilsa von Sturm Graz, glaube ich nicht dran. Nur mal das auch nochmal als Beispiel. Bei Breitenreiter als eher unrealistischer Kandidat könnte ich es mir dann noch am ehesten vorstellen. Denn er lässt zum einen wirklich guten Fußball spielen, hat zuletzt gerne auf eine Dreierkette gesetzt und vor allen Dingen auch in Zürich damit Erfolg gehabt. Bei der TSG Hoffenheim lief es natürlich am Ende gar nicht mehr rund nach einem tollen Start. Das ist aber wiederum auch so ein bisschen ein TSG-Phänomen der vergangenen Jahre. Ich finde Breitenreiter ist ein super Typ, der mir damals auf Schalke wirklich richtig gut gefallen hat, der auch gerne auf Talente setzt. Ich finde immer noch, dass er zu kurz kommt, was die Geschichte von Leroy Sané angeht. Denn Breitenreiter war es, der Sané zum Stammspieler in der Bundesliga verholfen hat. Und allein das als Beispiel mal zu nehmen, Breitenreiter ist wirklich einer, der gerne auch jungen Talenten eine Chance gibt. Das kann hervorragend passen. Er kennt den Verein, er kennt eben auch die Liga. Und hat man hier eine Chance, dann würde ich es bei André Breitenreiter auf jeden Fall probieren. Mein fünfter Kandidat, und der ist meiner Meinung nach auch wirklich realistisch für Schalke, ist Robert Klaus. 38 Jahre alt, stammt aus der RB-Schule von Red Bull und hat seine ersten Trainererfahrungen im Profibereich als Chefcoach eben beim 1. FC Nürnberg gesammelt. Ich denke mal, dadurch kennt ihn auch jeder Schalker, der dieses Video sieht, und viele andere von euch sicherlich auch. Robert Klaus ist meiner Meinung nach ein realistischer und vor allen Dingen auch passender Kandidat. Denn er lässt jetzt nicht nur diesen RB-Fußball Pressing, Pressing, Pressing spielen, sondern schon eher Ballbesitzfußball mit Tempoangriffen. Und ich finde, das sind Komponenten, die sehr, sehr gut zum Schalke-Kader passen können. Zudem ist er auch taktisch variabel. Er gibt immer wieder sehr gerne spielerische Lösungen mit und hat bei Nürnberg sehr oft auf ein 4-4-2-System mit Raute gesetzt. Könnte ich mir bei Schalkes Mannschaft sogar auch ganz gut vorstellen. Denn dort haben wir mehrere gute zentrale Mittelfeldspieler. Auf den Flügeln fehlt mir dort so ein bisschen die Qualität, die individuelle Qualität. Und deswegen könnte ich mir hier auch ein solches System ganz gut vorstellen. Klar, bei Nürnberg wurde er von einem guten Jahr entlassen. Dieter Hecking, Sportvorstand dort, hat aber auch nochmal klargemacht, dass das vielleicht ein Ticken zu früh war. Denn danach lief es eben auch nicht besser für Nürnberg. Wenn man nämlich mal zurückblickt auf ungefähr vor einem Jahr nach Schalkes Aufstieg, hat Nürnberg eben auch gesagt, wir haben eine gute Saison selber gespielt. Nächstes Jahr wollen wir mit Robert Klaus aufsteigen oder zumindest mal den Aufstieg angreifen. Und da hatte man wirklich das Gefühl, Klaus hat es innerhalb von zwei Jahren geschafft, aus einer etwas schwächeren Nürnberger Mannschaft eine mögliche Aufstiegsmannschaft zu formen. Und das lag eben auch an seiner Arbeitsweise. Ja, Robert Klaus ist auf jeden Fall einer, der zu dieser Trainer-Generation, will ich sie jetzt mal nennen, gehört, die selber als Profi nicht zwingend so erfolgreich waren, sondern eher sich schon früh für den Job als Trainer entschieden haben und sehr über fußballerische Fachbegriffe kommt. So würde ich es einfach mal ausdrücken, um es plakativ eben auch zu sagen. Ähnlich wie zum Beispiel auch Domenico Tedesco als ehemaliger Schalker Trainer. Ich persönlich bin davon auch nicht der größte Fan, wenn man auf einmal mit Fremdwörtern um die Ecke kommt und taktisch irgendwelche Begriffe nutzt auf Pressekonferenzen, die ein normaler Fußballfan nicht versteht. Auf der anderen Seite, wenn man das aber ein bisschen dosiert, kann das eben damit auch eine unglaubliche Hilfe sein für Schalkes Mannschaft. Und deswegen, Robert Klaus ist verfügbar auf dem freien Markt, ein junger Trainer, der auf Schalke was aufbauen kann. Das könnte tatsächlich gut zusammenpassen. Und somit sind das mal meine fünf Trainerkandidaten für Schalke. Was natürlich on top noch ein kleines Problem, vielleicht auch ein größeres Problem ist, dass man eben auch nicht weiß, was mit dem Sportvorstand Peter Knebel passiert. Es ist natürlich nicht günstig, dass ein Sportforscher einen neuen Trainer sucht, der möglicherweise in einem halben, dreiviertel Jahr gar nicht mehr da ist. Auch deswegen, sagen viele Fans, gibt es vielleicht jetzt eine erfahrene Lösung, wie zum Beispiel Uwe Neuhaus, der für das nächste halbe Jahr übernimmt. Meiner Meinung nach ist das aber der falsche Ansatz, denn noch einmal, wir haben sieben Spieltage gespielt, Schalke steht desolat da, aber diese Saison würde ich noch lange nicht herschenken. Und wenn man es sagen wollen würde, man peilt den Aufstieg, sagt man jetzt zum Beispiel erst in zwei Jahren an, dann würde es erst recht Sinn machen, einen jungen Trainer wie Fimpel, Klaus oder Stamm eben auch erst recht die Zeit zu geben, ein Spielsystem zu entwickeln, eine taktische Handschrift der Mannschaft zu geben, um dann eben auch mittelfristig wieder erfolgreich sein zu können. Jetzt interessiert mich natürlich auch nochmal eure Meinung zu meinen Fünferner-Kandidaten und eure Möglichkeiten. Was denkt ihr, wen sollte sich Schalke als neuen Trainer holen? Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder.